leipzig so leipzig begonnen wird kommen alle er sieht gut so ist alle bekommen hallo bei Mein Auto. So, mein Lieben, Leute. Wir fahren heute GTA heute. GTA heute. Time me. So, wir wollen auch kurz mal Menü öffnen. Dann wird wieder zum Pausen-Modus geschirft. Okay, das heißt hier HRL-D-System. Okay, das machen wir drin mal. Das lassen wir schon an. Wir machen heute auch was anderes. Heute auch was anderes. Wir machen auch was. Auch nur im GTA verbringen. Wir werden natürlich auch was geiles machen. Oh, was ist das denn hier? Was ist das für ein Trauerpunkt? Warte mal. Warte, da ist ein Blaupunkt. Warte mal. Wo hat er denn? Ich lasse mal aus, weil jeder kennt doch die ganzen Theaterreihen. Jetzt ist er weg. Och, komm. Okay. Ja, aber ich mache Radio aus, weil sonst gibt es Mekka und so. So, jetzt mal schau. Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich eigentlich machen? Ich möchte mal mit euch meine Mission spielen. Eine Mission spielen. Wir spielen in einer Mission. Einer hat mich per netteren angerufen. Das machen wir auch. Eine Mission. Natürlich heute Headset. Ja, heute in der schwachen Qualität müsste leben, weil man Internet-Scheiße ist. Ich meine, ja. Weil, ja. Ist so schwach und so. Ich mache nicht mit und trotzdem geht's aufgrund, warum das Dream unscharf ist. Ab geht's. Wir fahren zu der Mission hin. Und, ähm, mal schauen. Vielleicht fahren wir natürlich in Deluxe und noch mal gucken. Natürlich habe ich den vollen Spielstand. Hier seht ihr das Ganze. Hier bin ich natürlich im 100 mit alles Prozent hier. Ich habe alles mit Spielstand, einen fettigen Spielstand drüber gebügelt, dass ich ja alles möglich kann. Alles. Dann brauche ich Jahre nicht zu spielen. Weg. Dankeschön. Ab geht's. Ob ich mal so einen Live-Stream-Tour mache, mache ich ja auch. So, da lang. Dann lovey. Natürlich so ein kleiner Pfeil, wo wir hin müssen. Das ist der natürlich mit Tomo drin, ne? Das mein Auto ist getunt. Ja, ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich, du kriegst ein Leben, was du bekommen kannst. So. Eigentlich gar nicht so rennt, aber egal. Moma, ma care. Ich bin kein Rebeck. Gib Gummi. Komm, Lady, Gummi. Alte Tussi. Hehehe. Okay. Ach, steigen Sie die Transporter ein. Okay. Das heißt, ich muss mein Auto erst mal abstellen. Danach können wir mal, so, abstellen. So, Türen zu. Haben wir Sicherung. Machen wir eine Knarre weg. So. Da ist unser, unser Attentat-Zentral. He, Attentat-Zentral. Hehehe. So, steigen. Steigen Sie die Transporter zum Lernen. La, Zeit. Oh. Warte. Auf jeden Fall. Danke. Aus damit. Weil ich hab keine Ahnung, was da eigentlich passieren sollte, wenn ich jetzt Radio nur anlassen tue. Ich hab kein Recht. Ich hab kein Recht dafür. Darf ich das Auto auftunen? Darf ich das eigentlich? In den Mission? Warte mal. Wir rüsten einfach mal das mal auf. Wenn es so geht. Äh. Geh mal weg. Danke. Kastensiert. So, ist aufgerüstet. Hast du mich Kreuzzocker genannt? Hast du mich beleidigt? Meine Welt weh. Hui. Geh weg. Klau ab. Hau ab. Gekacken. Ja. Oh, scheiße. Pulsisten. Oh, fuck. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich kann mir dir die... Ich hab nix gemacht. Ey, wo kann man diese Duben verkackten Zerrungswelle wegmachen? Dankeschön. Und weiter geht's. Weg. Ja, ist ja gut. Ich hab Zeitdruck. Mein Kunde wartet mal auf Päckchen. Wie bei Weihnachten. Da wird immer ein Gepäckchen eingeliefert. Da gibt's schöne Geschenke. Minut auch, man. Schau mal, die Zeit wird immer weniger. Schau mal hin. 19 Sekunden. Oh, kacke. Ja. Da längst. Oh, man. Schon wieder Autos. Och Gott. Rittwärts da lang. Da lang. Also. Oh, guck mal. So, alles abgeht. Links. Da lang. Halt. Oh, man. Nein, Zeit. Äh, meine Zeit. Sprich, schwor. Gib Gummi. Ich hab noch geile Karre hier. Aber komm, wie die aus. 50. Oh, man. Oh, man. Ich muss nur ein paar Kleider mitnehmen. Keine Ahnung. Ah, ja. Oh, egal. Ich glaub auch nicht so viel da waren. Da lang. Okay. Kann ich verstehen. Da lang. So, krieg ich bisschen Geld auf mein Nacken geschrieben. Oder aufs Nacken. Keine Ahnung. Was? Ja. Ich geh zu. Ab damit. So, bitteschön. Ein Auto. Bitteschön. Da wurde Trevor. Oh, ich mein, du, ich mein Deluxo. Dann hole ich mein Deluxo Sportwagen. Nee, das ist, äh, Sportwagen. Wie ich gesprochen habe. So, da ist halt der gute Deluxo. Aufrüsten. Danke. Kann man auch andere Farbe. Die Farben sind so langweilig aus. Darf ich mal? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Luxschrauber. Lass es fliegen. Ich schmeiß gleich den, äh... Schmeiß den gleichen Grill an. Äh, wo ist eigentlich hier Pinsel? Der Pinsel ist sehr wichtig. Pinsel. Was gehen wir da eigentlich drunter hiermit? Was haben wir denn da? Ist das für... Ja, dann nämlich jetzt Ultrablau. Ultrablau. Das wollte die anderen kotzen mich so an. Ah, nur ein Schild hier. Sichtig, Mund ein Schild. Du heißt, äh, wie heißt du denn? YouTuber. Ja, ja. Mal komm, x drücken und ab geht's. Was? Nein. Der rufen mich fände dran an. Ah, schön, es gibt uns ein kleines Lauen. Du, 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 du. Okay. Wir müssen ein bisschen ernst sein, ne? So, hoffe ich mal, wenn du... Ja, hoffe ich, man hört mich. Ja, besser, besser. Hoffentlich, man hört mich. Was willst du? Ja, mal halten. Ich will kurz gucken, meinen Stream anmachen. Mal auf dem Handy, meinen Stream mal anmachen. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Man hört dich auch. Also. Was willst du? Nein. Halbmonit halten. Immer diese blöde Unternehmen. Er soll sich mal raushalten. Ich will mal meine Freistunde. Und. Du, 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 du. Mal schneller wissen. Hui, fliegen, wir pflegen mit einem guten Deluxe. So, hier. Und, zack. Was wird so? Dankeschön. Danke für das Diskutieren. Oh. Ja, ich... Hier krieg die schon. Wir kriegen die schon. Wir machen den altenmodischen Trick hier. Nein, natürlich. Ha, das ist so blöd. Warte, 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 warte. Warte, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Komm. Verreck dich. Oh, da wären hier viele Kugeln drin gewesen. Mann. Ja, dankeschön. Jetzt habe ich den... Ich bin Tschöchata. Ich bin Doktor. Ich mache Drogen. So. So. Mann, der hat viele Kugeln in den Gewürfungen. Dankeschön. Jetzt muss ich natürlich das hinbringen. Weil einer hat geklaut. Dann komme ich dem Bonus auch gegen da zurück. Ah, wir sind zu faul zu Fußlaufen. Wir fahren gut mit dem Auto hier. Tüttel. Da bin ich schön. Da kann ich das Spiel auch mal ein bisschen lauter stellen. Ich hoffe, da gibt es auch einen Grund, der vorabstand hat, wenn wir eingestellt wurden, ist, dass man ein Spiel ja im Game-Menü... So, spiel mal am besten von GTA ein bisschen lauter. Das ist 72%. So, dass ein bisschen GTA auch ein bisschen höher hören könnt. Aber nicht so laut, sonst... So. So, als nächstes, was steht die Modenschau an, oder? Oh, Mann. Ich will mir gerne mal Dings hier machen. Ich will mal Fallschul springen, Mann, hierhin. Komm, bring mich da hin. Komm. Was ist denn? Was ist denn da los? Hallo, was ist denn da los? Da spielt zig rum heute. Hallo. Danke, danke. Das zigte heute rum, ist heute zigig, Mann. Bitte da. Aua. I. Auch Mund. Sieht so wie auf den Tisch hauen. Ablehn, drücken. Der wilde... Hey, Pott. Wir haben einen Mann, der nennt sich für ein Auto, und der ist sehr specific, über 21 Uhr. Ich habe das vor. Nein. Danke. Danke, keine Diskussion. So, wo ist jetzt eigentlich... Ah, da ist der Flugzeug. Ich höre dich, ich höre dich trabziehen. Wenn man mal Fallschul springt. Und wo... Ich komme, ich komme schon. Ich bin schon da. Ich bin da. Wo bist du denn? Bist du denn? Hä? Sag mal. Hat er... Hat du Kibnick gedruckt gedruckt? Hey, Pott. Wir haben einen Mann, der ist sehr spezifisch, über was wir wollten. Und er kann sich auf den Porten von Lothento. Warum? Danke für den neuen Auftrag. Was ist denn los heute? Ich weiß es nicht. Heute ist ein komischer Tag, der... Immer voreilig. Das eilig. Nee, und... Was ist das denn hier? Ampada... Okay, dann bringen wir uns ganz auch mal hin. Werdet, wenn es zum Beispiel 50... Da geben wir dann, was man verzahlen muss, aber egal. Wir können auch Fragen stellen, wenn ihr mal positiv hier fragen und scheiß keine negativen. Ich habe negativen schon mit Kommentaren, was zu tun. Auch dieser Kackdorm runter da. Oh, fuck. Nein! Nein! Ah, cool. Wir haben uns gehalten. Aber warte mal, warte mal aus. Dieses hier braucht keine Mute. So, noch... Nönt's nicht. Schneller. Gehen Sie mal wieder ein Fahrzeug. Was da, wie ich soll ein Fahrzeug rein gehen? Was muss ich machen? Aber natürlich können wir fliegen. Sie... Herzlich willkommen in der Schilfe Express. Sie kommen... Hey, du warst jetzt in der Bafel? Es gibt ein paar Freunden, die da sitzen. Ich muss mit uns reden. Ich bin nicht mehr von meinen Lieben. Ich bin nicht mehr von drei Tagen. Habt ihr gehört von der Lose? Sie haben einen Bafelgeister. Oh, yeah. Die Punks sind wie wir, Mann. Was? Wir fliegen ab. Wie lange muss ich denn eigentlich machen? Ach, du Scheiße. Wir haben nur was anderes Vorhaben. Ich habe nie mehr Freunde in der Schule, die leben mit einem homoerotischen Mann. Ja, ja. Ein paar Tattoos, ein Leberjacket und ein Bafelgeister. Hopp, grüß dich. Ich kann auch das Wasser schweben. Da lang. das war sich beleidigt als Loser Waffe ich will keine Waffe aber ich will ich bin freundlich bleiben du bist da hier bitteschön Dankeschön und auch für Kinderkamera heiße Ladies die Angebot wenn man das ist der Lose bezeiratender wie es sei er ist wegen des Autos es ist ein bliebender Autos ja wie erschießen auch scheiße 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 da ist direkt in die Hose gegangen ja direkt Brügerei ach mann ich hätte gescheiß Gottmood anmachen könnten ach mann warte mal ich muss mal Gottmood anmachen ist sehr wichtig wo ist er denn da irgendetwas hat einen komischen Namen ich wollte falsch hinspringen kann ich auch hierhin oh ne jetzt nicht ne ich krieg das jetzt ich krieg das jetzt wieder gekündigt wie krieg ich das eigentlich hier weg das kann ich auch nicht kündigen oder muss ich mal hinfahren eigentlich das weiß ich nicht ob ich da hinfahren kann ob das hier kündigen kann weil der mich im Penetrant anruft ich will jetzt mal zum Falschen springen da hinfahren jetzt hinfahren ich hab schon beantwortet ja es ist ein fliegendes Auto hab ich schon ja hm ich brauche natürlich mich transportieren zack danke so wie bist du denn hallo Arschgesicht da kommt der Schöße und geiles Klipsen hol mich da runter ich hole dich runter hier dann lief gleich anderes Versteck gib mir das einfach das hier oder so sonst knall ich welche weg na komm ich wegsnipe mich kann die Jungen nicht wegsnipen das ist blöd dann nehmen wir mal andere Location vielleicht natürlich nehmen wir was anderes halt das ist kein Thema vielleicht nehmen die natürlich die Leute hier an keine Ahnung weil hier macht was er will so sehe ich nicht wie ein Hüller-Kleisern ne so ne Art ne und manchmal fährt hin und dann hast du den Sammlert ey Mund hä? bin doch richtig gezählt ich bin doch hier hier vom Verschwindet das wieder was ist doch blöd dann fahr ich erstmal hin und ich sehe das ganze Rest brauchen gescheites Auto so gib mal her hallo gib mal das Auto her Arschloch was soll ich ausdrucksweise mitnehmen sollen aber es ist so man ist da einer gewöhnt ich bin gewöhnt dran so dann nehme ich das da dann klaue ich das jetzt eigentlich so gib mal her das Auto her ich brauche jetzt keinen Motten mehr anzuschmeißen das bringt ja nichts Mund Montau äh Radio aus ach da kommt Mund jetzt danke Hallo Pascal Hallo Rudi Gute fliegendes Auto ja das ist fliegendes Auto das ist fliegendes Auto hoi das ist zu gut ich krieg keine MS sie hab die Benachstimmung ausgeschaltet ich bin ganz gut wo ist jetzt der Flugzeug da ist der Kollege dann aussteigen Nicht, 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 genau, nicht rausfliegen. Dankeschön, steh, steh, steh auf. Let'sche. Nein, nein, das siehst du doch. Alter, der Pennerdren anrufen, ich mag das nicht. Der will, ich finde, das nervt. Anrufen. Was brauchst du noch? Dumme Kollegen. Verdammt nochmal, da ist er, bitte bleib mal hier, ich will hin. Will ich denn mal fleißig springen? Bleib mal hier, ich möchte auch da beteiligen. Ich möchte mich auch beteiligen. Ja, ich hätte hier noch fliegendes Auto, aber... So, einmal gehe ich in Kreis, tech, tech, tech. Ja, es soll natürlich einen neuen Beitrag, die kann ich auch erzählen, und zwar, was aktuell bei YouTube da los ist. Und zwar mit den Dislikes. Es soll in Neuerung geben, es soll bald in Neuerung geben und so. Es soll in Neuerung geben und so, da wird... Äh, ja, sollen da natürlich Disco-Angriffe, ja, das Leben zerstört werden und da welche Leute vernichtet werden und so. Haben natürlich im Beitrag YouTube-Batt schon gepostet und solche Sachen, aber natürlich... Spring runter. Ich schaff' da schon. So, wo muss ich denn lang? Düm-düm. Hm, ja, ja, ey, du schreibst ja Pendeln dran, ey. Schreib mal was anderes, ey. Ich fahre jetzt mal springen. Ich mag bunt. Ja, lang. Und jetzt landen. Ich schaff' da schon. Nein, nein. Da lang, da lang, nein. Nochmal. Komm, wir schaffen's nochmal. Öffnen. Ich ging da schon hin. Ich fliege... Ah, die Musik ist alles gleich geblieben. Welche Giga-Sommission ihr habt? Da lang. Und jetzt einmal richtig weit ausholen. Ich geh' da nicht miss... Gewonnen! Yes! Hab's gewonnen. Siehst du doch. Hab's geschafft. So, jetzt sollt ihr natürlich fliegendes Auto haben. Ach, okay. Dann nehmen wir einfach fliegendes Auto. So, wo ist halt eigentlich das fliegende Auto da? Zack! Aufgrüßt. Na, vor. Wie denn jetzt sind? Auto-Bread. Danke. So. Gutes Fahrzeug, muss ich sagen. Topes Fahrzeug. Hegen ein. Danke, einfach mal annehmen und auflegen. Aufgrüßt. Irgendwie wissen das schon. Sie wissen ganz genau, wo die jetzt eigentlich da langkomme. Oh, fuck. Nicht, 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 nicht. Nein, 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 nein. Mann. Mund. Was? Danke. Ich fahr gleich mal hin zur doofen Firma. Ich bin schwer. Weil hier du mich penetrant anrufst. Das ist nicht... Das ist nicht, äh... Unangenehm. Das ist einfach scheiße. Hab doch gut Deutsch gesagt. Ich darf immer aus sich hinfahren, ne? Wo ich da rauskomme, ja? Da fahr ich mal kurz hin. Nein, da, 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 da. Ja, oh, shit. Was, nein. Was? IP-Service, es klingelt nichts Besonderes. Nein. Danke, danke. Da ist er, die... Jetzt bin ich da, ihr Penner. Ich will mich kündigen. Wo ich da scheiß nicht hin will. Auch wird dadurch... Anleute sagen, das Spiel ist nicht inventiert. Ja, ja, Mond der Zeiten. Ich bin da. Gibt's hier irgendwo so einen Reihenbutton, wo ich mich kündigen kann? Was soll ich da oben eigentlich? Das ist doch nichts Besonderes. Was passiert, wenn ich so ein Taxi klaue? Aha. Wie? Ich kann Taxi fahren? Wie? Ich kann... Ich kann Taxi... was passiert, wenn ich jetzt E drücke? Ich habe gerade nach oben geschaut. Ja, ich bin einfach raus. Fahr mal mit dem Taxi. Ich bin auf. Dann können wir uns ein bisschen Geld kümmern. Was? Ja, nein. Aus. Ja, GPS. Okay, also Internet-Navi. Internet-Navi. Internet-Connect. Ich heiße YouTube-Connect. Und Facebook-Connect. Irgendjaischasser, die nicht auf dem Tisch stich, die auf dem Schlimmst trete. Einsteigen und... Fahren Sie zur Adresse. Okay. Machen wir ein Licht an. Weil es sehr gut ist. Ja, ja. Ich nehme einen anderen Weg. Ich habe ein bisschen Geld. Ich brauche ein bisschen Geld aufzuholen, wie immer. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich Gas äh, 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 kann. Ich kann besser Gas geben. Herzlich willkommen in den Nahschäfer Taxi-Express. Da rein. Natürlich, äh, morgen kommt mein Controller wieder zurück. Halbmond. Und zwar, da kommt mein Controller raus. Und zwar, äh, da haben wir natürlich Controller. Das ist mein alter Controller, den ich noch hatte, wo ich GTA 5 angefangen hatte. Den, den warte ich und dann kann dann natürlich der Controller auch startlos legen. Kann wissen, wie ich mit Controller spielen, weil es mit Tassatur ein bisschen unangenehm ist. Weil die Tassen sind komisch, weil ich mit Controller ein bisschen gewöhnt bin. Als wo ich Konsole gespielt hatte. Ich gewöhne mit Tass, äh, mit, ähm, Controller. Das Ganze mit Tassatur kann ich noch mit Motten, wie sowieso so machen. Ist kein Thema. Ja, 27 B, ja, sehr wichtig. Ja, würde ich nicht wundern, dass es extrem unscharf ist oder unschwach ist. Mein Internet ist so schwach, mein Internet macht nicht mit. Ja, macht die Tüte so, Alter. Danke, Geld bekomme, hab Geld bekommen. Los geht's, Sid. Nächste Runde. Hier, bitteschön, dieses Taxi da. Einsteig, reingestiegen und abfahrt. Wo geht's hin? Ist so dunkel. Ja, ich mach gleich mal Licht an. Oh, Mann. Ich kann nicht hupen. Scheiße, sonst bricht mein Auftrag ab. 5 Zuschauer. Ja, ja, jetzt wieder Disney-Kampagnen. Nein, kenne ich ja schon. Wer muss ja ein Scheiß-Alfen-Max machen? Das kennen wir schon. Er soll besser liken, nicht dieses Scheiß-Negativ. Diese würden verkacken, was da am rechten Seite ist. Da längs. So, mein lieber Kunde, wie geht's da eigentlich denn? Kunde. Mein Kunde, ein Taxi-Unternehmen. Da lang. Kann ich auch reingehen? Kann ich mal diesen Typen mal kontroziieren? Elektrizieren? Keine Ahnung. Ah, egal. Hoffe ich mir natürlich auch nicht so gute Laune oder so. Ist es obwohl nicht mit mir an? Ja, hat mir den Vogel gezeigt. Hat mir den Vogel gezeigt. Und verschämt halt. Das ist wie Hessen. Das ist wie Hessen. Das sind einfach Hessen-Köpfe. Und nochmal dann natürlich anderen Weg nehmen, um da ein bisschen Geld aufzuholen. Na, auch nächste Runde. Obwohl leichter Weg ist. Heide Pascal. Habe ich schon gelesen. Könnte auch was anderes schreiben. Wenn der wollt. Nur wenn der wollt. Ich zwingke keinen. Da lang. Ah, scheiße. Sackgasse. Kurz zurückfahren. Habe einen Move rausgepackt. Weg. Ja, ja. Hör auf zu hupen. Ich komme schon. Hör auf zu hupen. Ihr Säcke. Kein Respekt mehr hier. Auf den ganzen Landen. Landen. Er ist der Gutkunde. Ich ist es. Ist nun mal. Werde es. Da lang. Okay. Na, wie gesagt. Das siehst und kann man verstehen. Kann man machen. Hi. Ah, schöne Gebärde. Hierzu sieht er das GLB-Gebäude hier. Das ist Covete bedeutet heute. Gebäude hier. Nur Berge. Was macht er natürlich auch. Das Taxi ist gleich da. Da lang. Da bitteschön. Ein Geld, Geld willkommen und ab geht's. Jetzt meinte ich mich selber raus. Weg. 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 Anders so. Wöhnchen, Carol. Du bist ja so ein Memme. Da sind immer was drauf fällt, was da nicht einem nicht passt oder so. So. Schnauze. Danke. Das ist auch eine Diskussion. Aber einer schreibt hier, Schieter. Junge, war es kein Losfeld mehr. Okay, das hat man natürlich auch. Danke schön für die Invasionen. Danke. Wir haben natürlich auch. Danke. Weg. Ich hab gesagt. So, jetzt war ich ein Expresso. Hier, Bock. Das ist wie ein Motorrad. Oh, das hört sich komisch an. Wo ist das? Das fliegende Flug. Äh, Dingsbums. Da. Hab's gefunden. Da ist es. Randy. Randy. Ich bin running the man. Jetzt wird ein bisschen geflogen. Was willst du? Nervt nicht. Okay, dankeschön. Wir sind nicht in den. Schöch, 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 schöch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, kacke. Oh, man. Oh, man. Was waren andere Leute? Auch Stream. Ich glaube, Stream auch bestimmt, dass die... Die spielen auch GTA. Ich bin kein Fan, die Leute zu viel gucken will. Dankeschön. Ich bin nicht so ein Fan, der überall gucken will. Ich bin da. Dankeschön. Ich mach so weiter, dass es keinen Bock hat. Mit mir. Ja, nur eine Bewertung und so. Ich würde gerne sechs Bewertungen haben oder sieben. Es muss ja ein paar Leute reinkommen oder so. Ich ahne schon, wie der Dislikes hageln. Wie der Dislikes hageln. Nur... Nur das spiele oder so. Alle Leute keinen... Kriegst keinen Gönn oder so. Das ist doch scheiße. So was. Nicht antivisieren. 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 Da lang. Nervne. Nervne. Wuii. Slattum. Merkt. Halt. Mann. Aufstehen. Was ist los? Was ist los mit dir? Mann. Merkt nicht. Ah, jetzt kann man das irgendwo... Kann man das irgendwo einstellen. Ich... mehr aber irgendwo sein ja genau das stelle ich jetzt so ein weil das ist auch steht wo schlafen muss alle nachts auch an zum beispiel nach vorne am secken geht dann tritt ich hinweg dann war nicht ihm wie doch man es nur an und kommen wird noch eine runde da jetzt wird er schön steht verlinkt links 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 Städten da Prozent nicht was leider sind worden wie gemacht das ist ein Wort nun wird dabei haben wir morgen durch die Spitze wird spiegel ich nur zu nehmen mit Motto zu spielen unser Spiel allgemein Wissen bisschen Geld betrieben und so mann ich habe Kopfschmerzen ach komm wer soll ich lieb was denn was denn auch mei ich kann nicht sagen auch Menno hier wird etwas anderes als dieses Mark 2 woanders eigentlich das Mark 2 eingeladen Opressor Mark 2 ist es aber das ist besser das gefällt mir aber das ist ein schönes feeling es ist ein kleines Windgepfeife aber es antrieblos Warte mal Dislike ist da ach brauche ich blockieren dankeschön und und dich ausblenden so ne scheiße oh man das ist einer jopp ja danke ist der Fall gelöst Penner blöder Penner Blöder Penner ey so ne blöde Penner die Hater einmal hier immer diese Arschlöcher immer drauf immer kein hier kein nix kein gönnen hier also ich finde scheiße Dislike ey ich finde scheiße ich leider auch drüber alle Leute leiden andersrum huiiiiiii also ich mag das Fahrzeug ist es geil einfach kann ich das Ding auch auf tunen oder so weil ich das einmal hinbekommen dann ist es schon aufgerüstet weil ich mich immer gerne auf dem Tower er landen immer auf dem Tower mit dem Landen auf dem Tower so der wird der dort oben der hat er wird naja komm 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 und in der Lande ich drücke auf F 8 in der Lande aber das wird er zieht komisch aus sieht komisch aus sich aus wie Gala es war wieder hell so war die Wetterfettnisse so kurz gut dann haben wir wollte oder so kann ich auch andere Motten besitzen ist er kein Thema windig es soll windig geben und so aber das könnt ihr natürlich auch so in der anderen einstellen weil ich mir das ist ja ein Grafikmod den 3FX erweichen Grafikmod eine Verbesserungsversion besitze also Pass 1 können wir gucken das ist hier ein Grafikmod den Besitzer das ist ja wie ein TS und so wegkriegt Kielken mehr weg da komm verrächtig da will ich mal irgendwo ich möchte was ja ja wo ist denn der Penner ich will dich mal treffen ich will dich mal persönlich mal treffen wer bist du denn eigentlich hast du eigentlich Bock mit mir kann ich auch so ein Ding fliegen eigentlich weiß ich nicht kann ich auch hier landen eigentlich bestimmt ne nein 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 ach mal komm schon mein Motor ich wollte gerade darauf landen ach auch das ist es ist es ist es ist scheiße werde ich mal was trinken hab nix leider wenn ich wohin fahren keine Ahnung muss ich mal schauen ja ja abner ruhig abner ruhig in deinem steil was haben wir denn Sportwagen vor viel Fahrzeuge besitze so viele Fahrzeuge brauche ich die brauche ich so viel nicht brauche einfach mal ein Auto wo ist eigentlich dieses neidweiler Auto weil ich immer so gehypt habe ich glaube der ist ja auf der anderen Liste ich das weiß Muscle Car das ist glaube ich Muscle Car ich das weiß ach ganz unten mit R wie 2000 Nitroider heißt er auch Nitroider 2000 da ist er ja da ist er doch rüst das Ding mal komplett auf jedes oh scheiße weg 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 geht geht Gitter vorfahrt Warte mal ein Köln nur ein Schild mehr ändern ich bin ich morgen können das verarsche das nur ein Schild ändern Kippen also als Kippen da ja ist in der Pippe einer hier Kippen Kippen aus Scherze Ui Komm Rapper Noch mal was Lenkregel Oh mein, Pulsisten Was steht denn da? Über diese Unterkampen Namen Also passt doch gar nicht Im Kanal nicht rein Weg Na lang Drauf halten Wow Ist es einfach geil Gas geben Abgreifel Stoß sicher Weg 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 Mozart Weg Musik Ein Ei war heil geblieben bleibt doch heiler ich sehe dich komm rein weg damit oh scheiße, mein Auto nur ein ungeschaltes Auto suchen hier irgendeine Sache stört hier irgendwas schieß mich doch was denn oh Leute ich muss kurz aussteigen, Leute hallo Leute renn, renn dein Leben aber drück 16 komm mit diesem Maul komm 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 rell drauf raus ich brauche jetzt seine Knarre weg, 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 weg weg da steigen wir in einen nein nein es regnet jetzt wieder was soll denn das soll nicht regnen geben soll nötig für Schrott oh, was ist denn los wo kann ich wegsnipen komm, komm, komm drauf halten oh, diese was haben die jetzt kommt vom Polizisten jetzt hier hin es ist so scheiße komm halt drauf drauf halten komm warte verdammt ey Arschloch man hat die blockiert und halt auch schon komm warum geht das jetzt nicht danke warte, ich mach mal anders hier ich mach das mal aus jetzt ausgeschaltet jetzt ausgeschaltet ja, eine Schuld wenn ich anlege, dann so ein gescheite Karre hey Arschloch ich brauche, ich hole mir das gescheites Auto hey, gescheites Auto äh das haben wir natürlich noch ein gescheites Auto zu finden und ähm, keine Ahnung oder nochmal hey, was nehmen wir denn da von Auto wo ist das andere Auto, wo ich das auch mal gefahren habe ach ne, der nicht der ist der ist der ist der lahmarschig der ist nicht so gut da brauchst du eine halbe Stunde komm ich nicht mein Ziel nicht an Helikopter Helikopter mal Angebot das heißt, hier sind Helikopter drin da sind die die Dinger drin ja, er guckt komisch seine Autos an keine Ahnung da machen ich glaube, wir fahren mal was anderes Auto ein anderes Auto wo ist denn der Wagner eigentlich da der Wagner oder dieses Auto heißt der Wagner, ne ich glaube, der ist auch bei Sportwagen gegen den gelandet Wagner wo ist er denn da ist er Wagner ne, das ist dann oder welche wo ist er denn halt ist er bei Sportwagen gegen den gelandet da Rocket haben wir hier da ist er Wagner was ist der hier das ist der der Autobahn da ist das Fahrzeug da sieht meiner was ist das Fahrzeug das ist auch mal ein anderes Fahrzeug gewesen bestes Fahrzeug kann man wahrscheinlich sehr gut weg was steht denn da ich kenne keine englische Sprache ich kann da natürlich das ganze auch die sind die Leute die auf anderen Sprachen die Leute haben keine Ahnung Virtuti Opera Danda Est ich kenne keinen Gas geben WAH! NEIN! OH MAH! Ich glaube, wir machen aber nicht so lang, glaube ich. Wo geht denn da? Hui! Schneller! Weg! 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 da ist er cool hat es gut fahren wir mal zum Spieß hier ist eigentlich erlaubt hier anzuparken ich glaube ich nehme noch einen anderen Parkplatz da gibt es auch viele Parkplätze dann nehmen wir einen Parkplatz dann nehmen wir als Charakter ist vorne wie gemacht Moment, ich meine es ist wieder sichtbar gemacht, danke Moin Was geht? Moin Hallo Achso So, ich hab da die Schlafmodus den Handy angestellt, weil ich hab keinen Bock mehr daran anzurufen da möchte er auch nicht gestört werden, auch bei Light Street nicht nicht Lalalala Ich brauche ein schönes Bartetrook hier, das war natürlich auch Hallo, wie geht's denn eigentlich? Was? Wir müssen unterhalten? Hey! Warum? Wir haben nichts gemacht! Ah, haaa Meinst Steppenbe % da bin ich so von Jing aber paw hama die sind geht nenn Kann ich sprechen Moral Haar schönes Bad das war ein Jahr äh er will sich identif wie kann ich jetzt eigentlich drücken wie geht das ist eigentlich auch scheiße das ist nicht auch das war man Dings hier gewesen die Atemzüge mitnehmen Ato LR-Taste was das für ein Gebiet von dann dürfen wir es nicht absaufen lassen fisch hallo herzlich willkommen in äh wasser simulator äh wasser simulator sie sehen ohne alles sie sehen nur Wasser ich gucke mal kurz wenn wir den Endflächen kontrollieren können aha jetzt sehen wir ob wir in die schneller ich nehme keine unangenehme Sprache nicht an die ich kenne nicht kenne die mit dir klack rein ja knack das Ding auf auch von bisschen Musik aber muss ich aber vorher die Musiker ist ein bisschen leise machen sonst kriegt natürlich die Dings hier ihr geht das ganze ganze schneller jetzt oder so ein ein Hupen drinne ein 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 bist du denn eigentlich einer klingelt in der Tür es geht nicht an der Tür da kommt ein Märchen her was machst du hier denn von Tenden das ist eine Dame aber kann ich auch reden oder so geht das eigentlich darf ich dir auch reden oder so warum geht das denn? du bist gut mit dir? ich wollte auch nicht so lange machen aber wollte nicht eine Stunde nicht machen ich wollte mich einfach nur ein bisschen machen es gibt wieder natürlich Leute die alle aggressiv sind es ist so scheiße gemacht es ist so scheiße es kann jeder versteht es ist Corona typisch alles oh Gott ja ich hab schon alles gelesen Pascal fliegendes Auto habe ich schon gelesen Pascal das andere ja ja das ist so nervig ja ja das habe ich auch schon ja ja gelesen es ist auch alles schon gemacht und ähm aber schon alles gemacht also da würde ich sagen gerne beenden und dieses Leben kann ich beenden und tschüss wiedersehen und tschüss